Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin heute wieder in Werste, in der Löschgruppe Werste und zwar in Bad Dönhausen. Bad Dönhausen kennt ihr noch das Video mit dem HLF 20, das haben wir hier gedreht und wir wollten euch den GW Logistik vorstellen. Was das genau ist, was so ein Fahrzeug geladen hat, was man vorfindet, wenn man hinten die Luke mal aufmacht oder so. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an mit der ganzen Gruppe. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Nein, das bin nicht ich. Das ist der Marvin. Ich bin heute mal in Vertretung da und heute stellen wir euch den GW 2 vor. Wir wollen uns heute den Gerätewagen WZ2 angucken. Das ist ein Fahrzeug, das 2008 in Dienst gegangen ist, erst bei der hauptamtlichen Wache und dann einige Zeit später die Katastrophenschaffung auf der hauptamtlichen Wache hier an den Standort Werste verlagert worden ist. Das ist ein MAN-Fahrgestell mit 13 Tonnen und zwar und 80 PS, einer zwölfgang automatisierten Schaltung und einer aufgebauten Staffelkabine. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Was haben wir denn vorne so schönes? Der Sebastian zeigt sich das mal. Genau. Vorne, ganz ordinär, vorne links Fahrerplatz. Verstellbares Lenksäule. Einmal noch Verstellung, um das Heck abzusenken. Einfach manchmal das B- und Entladen der ganze Geschichte über die Druckluft. Und damit ist es vorne quasi schon fast erledigt. In der Mitte, da gibt es nochmal einen Schalter und die Ladebordwand zu betätigen. Digitalfunk, vier HRTs und 200 Lidlampen. Ist eine recht offene Kabine, sodass man auch viel Kontakt halt zur Mannschaft machen kann. Die Mannschaftskabine, eine Tür weiter. Hinten vier Sitzplätze, nochmal vier Leimbeutel, eine Notfalltasche. Die erwähnten HRTs sind zu sehen. Unter den Sitzbänken sind nur Getränke verstaut. Und die fest eingebauten Ladehaltungen für die Vollcontainer TS8 und Verkehrsabsicherung. Das war es quasi schon im Mannschaftsraum. Nix großartig, spektakuläres. Erfüllt Sinn und Zweck, Mannschaft zum Einsatzort zu bringen. Ja, schön, schön. Auf jeden Fall schön geräumig, sehe ich. Da hat man auf jeden Fall Platz. Auf jeden Fall. Sehr schön. War im Moment auch schon zweimal zur uraldlichen Hilfe. Einmal zum Elbhochwasser in Schönebeck und einmal in Münheim zum Bäume sägen. Die Fahrt dahinter war wirklich sehr komfortabel. Man hatte wirklich Platz, Beine auszustrecken, muss man ganz klar sagen. Das sieht auch sehr angenehm aus. Ich würde sagen, man sitzt bequem. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also, Henrik, jetzt habt ihr mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich mache heute mal eine ganz entspannte Fahrzeugvorstellung von so einem G wie Logistik. Jetzt das Ding so voll. Wahnsinn, ne? Ja, selbst habe ich total überrascht, dass hier so viel Material drauf ist. Also das ist echt ein Raumwunder. Drinnen hängt sogar noch eine Leiter. Das für eine? Ja, Motifunktionsleiter. Motifunktionsleiter, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal drauf, was ihr, das ist ja mal Individuallösung oder gibt es eine Norm für? Für die G wie Logistik gibt es an sich keine Norm. Da gibt es zwar eine Fahrzeugnorm für den Aufbau, ja, aber für die Bestückung, das können die Kommunen für sich dann so entscheiden, wie sie es dann halt brauchen. Was sie halt meinen zu brauchen, wenn sie wenig Nachschub angefordert wird. Was erstmal wichtig ist, dieses Fahrzeug ist jetzt nicht für den Erstangriff gedacht in G wie Logistik, ist mehr so die zweite Welle, wenn man nämlich mehr Ausrüstung braucht, Nachschub oder sowas. Ich bin echt jetzt überrascht. Einmal vorweg noch für die ganzen Skeptiker unter uns. Die Rollwagen sind zum Teil mit einer Totbandbremse ausgerüstet, wenn man die Bremse loslässt, sie stehen bleiben. Teilweise nicht. Liegt aber daran, dass es halt generationsbedingt ist, dass sie halt noch vor der Normung geschafft worden sind, diese Rollcontainer. Achso, okay, da gibt es eine Normung. Da gibt es eine Normung für, dass sie mittlerweile eine Totbandbremse haben müssen. Soll nach und nach ungerüstet werden, aber ich genere auch nur nach. Ja, aber gut zu wissen, also musst du eine Totbandbremse haben, dass wenn du loslässt, der Container auch in Ordnung. Okay, das ist hier sozusagen vorgeschrieben und das rüstet ihr nach und nach. Nach und nach jetzt nach und nach. Okay, ja, dann gucken wir uns mal an, was du drauf willst. Wir sind ganz gespannt. Ich würde sagen, das ist jetzt hier die Mutter aller Löscher. Ich würde sicher, dass sie sind. Das sind jetzt zwei CO2-Löscher mit 80 Kilo. Erzähl euch weiter. Also, wie gesagt, zwei CO2-Löscher mit 80 Kilo CO2 als Sonderlöschmittel. Die sind permanent verladen, weil da haben wir nur eine Stelle, wo wir die ordnungsgemäß dran sichern können. Okay, also CO2-Löscher müssen wir darauf achten, natürlich, wenn man die einsetzt, ist die Atemluft dann dementsprechend auch schlecht. Das heißt, wenn man einen Raum flutet, Atemschutz vorgeschrieben. Dann wegen Eigenschutz. Aber das sind natürlich echt Kravinsmänner. Wie schlecht. Kommen wir weiter. 250 Kilo BC Löschpulver. Also, ich dachte am Anfang, das ist so ein Wagen von der Vatertagstour, aber das ist ja richtig was Wertvolles drin. Stickstoffflasche als Treibmittel. Also, was ist das jetzt? Ein Pulverlöscher? Das ist ein Pulverlöscher. Ein großer Pulverlöscher. 250 Kilo BC Löschpulver. 250 Kilo. Hasta la vista, baby. Cool. Also, warte. Also mit ABC-Schnellangriff, ne? Also, das ist natürlich echt ABC-Löschpulver. Ist das ABC oder BC? BC. BC. Auch hier ist doch die Symbol an der Meise geworden. Sofort auswählen. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. BC-Löschpulver mit Schnellangriff, mit Haspel quasi. Geil. Sehr gut. Eine Sicherung, dass das nicht aus Versehen mal abgeht? Das ist... Ich dachte schon wieder. Schon wieder? Warte, warte. Ah! Schon mal eingesetzt? Nein. Bereitstellung. Bereitstellung. Haben, ist besser als brauchen. Okay, brauchen wir weiterkommen? Oh! Damit es euch keiner wegnehmt, oder was? Ey, wie wär's denn? Jawohl, da haben wir so... Hier kriegt also, es wurden mehrere beschafft. Damit auch alle wissen, wo sie dahin gehören. Wie gesagt, hier ist unsere neue TS. Die alte hat's leider nicht mehr geschafft. Eine Rosenbauer Fox. Ist jetzt seit vier Wochen im Betrieb oder im Dienst. Okay. Also das ist eine PFPN, eine Portable, tragbare Pumpe. Und wie viel Liter macht die? PFPN was? Die macht 1500 Liter bei 10 Bar. PFPN 10500. Also hier ist jetzt schön, die Bedienung wurde sehr einfach gestaltet. Einmal Start-Taste gedrückt. Ist länger natürlich. Fährt die Pumpe hoch. Hoff ich. Doch, sieht man. Jetzt haben wir so einen kleinen Check. Keine Daten, kein Sensor. Kein Sensor. Dann ist jetzt sozusagen die Zündung an. Wenn wir jetzt nochmal draufdrücken würden, dann würde ich starten. Hier die Taste zum Ansaugen, für die Ansaugpumpe oder für die Entlüftungseinrichtung. Okay. Und hier die Stopptaste, um die Pumpe wieder auszuschalten. Also. Bei der Pumpe ist jetzt so ein bisschen die Besonderheit, der Antriebsmotor ist direkt mit dem Pumpengehäuse verbunden. Das heißt, sobald der Motor läuft, läuft die Pumpe. Die kann nicht ausgekuppelt werden, außen eingekuppelt werden. Ich bin ja mal Freund von vielen Neuen. Darf ich ehrlich sein? Das ist nichts für mich. Die Pumpe ist gut. Die Pumpe ist gut, glaube ich. Sonst wäre es nicht auf dem Markt. Und das Rosenbau, wenn ich schon gute Pumpe baut, bin ich fest von überzeugt. Aber das ist mir zu viel, wo man nicht mehr so direkt einen Eingriff hat. Ich will mir so einen Freund von einkuppeln. Also man muss sagen, die Pumpe, die hat auch sehr viele Extras schon, oder das heißt, auch Sicherheitssachen eingebaut. Zum Beispiel hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Und zwar ist hier ein Sicherheitsventil eingebaut. Das heißt, wenn kein Wasser abgegeben wird und sich das Wasser in der Pumpe erwärmt, öffnet das bei einer bestimmten Temperatur, sodass Wasser durchströmen kann. Kaltes Wasser einströmen. Okay, das ist natürlich Pumpen tot, wenn man hier Wasser drin läuft, der auch kavitiert und das Laufrad beschädigt wird, wenn es Wasser kocht. Genau, wenn man jetzt irgendwo ganz hinten bei der Wasservortleitung ist, dann geht nicht mitgekriegt, dass vorne kein Wasser mehr abgegeben wird, sodass sich alles im Ohr fliegt. Okay, die hat Sicherheit, also die nimmt bestimmt viel ab, also wahrscheinlich war auch der Gedanke, möglichst viele in der Pumpe bedienen lassen zu können. Das ist ja, dass man eigentlich, ich sage, man will ja dieses spezielle Fachwissen eigentlich nicht mehr so unbedingt haben. Aber, ja, die ist super, aber nicht so will ich es. Ich habe auch noch nicht Begabe, ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Muss jeder, ja, ist gut. Und hier kannst du auch 8 Bar, 10 Bar, 12 Bar noch einstellen, extra noch die Knöpfe, unterschiedlich. Training, Competition. Junge, Junge, Junge. Das sind aber so ein paar extra Programme, die, wo ich sagen müsste, die für unseren normalen Feuerwehrdienst überflüssig sind, die sind dann mehr so für Wettkämpfe. Ich werde das mal irgendwann mal testen. Also wir werden irgendwann mal die Pumpe, wo ich mal anschmeißen. Vielleicht könnt ihr mich ja noch überzeugen, aber im ersten Moment denke ich so, hmm. Wie gesagt, das hat das Schöne hier, auch die Druckregelautomatik. Ja, genau. Also macht viel alleine. Ja, ja. Anstellen können wir das mal weggehen. Hier war es sonst schön. Ja, ist ja eine schöne Pumpe. Und 1.100 Liter, das ist natürlich schon nochmal ein Zacken mehr. Okay, dann schieben wir es hier zurück. Ja, und, äh, feste Bremsen. Bei jedem Abstehen zu arretieren. Alles, was wir für die Wasserinnahme aus dem offenen Gewässer brauchen, noch hier drin. Arbeitsleinen, Pumplungsschlüssel, Saubwurf. Klassik. Sammelsstück, so ein Begrenzungsventil. Noch, noch, ich sehe noch, hier ist noch ein Kanister. Treibstoff und, äh, ja. Bei dieser Pumpe ist sogar die Besonderheit, die darf während des Betriebs betankt werden, weil es abgeschirbt ist. Hier ist so ein kleines Blech drin. Die zieht sofort das explosionsfähige Gemisch, zieht der Lüfter sofort ab. Ihr wisst ja, für die, die auch lange Wegstrecke und sowas betreiben, weiß ich, wenn man jetzt mal zum Beispiel Moorbrand hat, das sind mehrere Verstärkerpumpen, wird grundsätzlich getankt mit einem Feuerlöscher. Es sei denn, man hat so eine Pumpe, da kann man drauf verzichten. Aber ich würde es aber wahrscheinlich sogar immer hier mit entstehen. Also es ist einfach, es ist ein entzündbares Gemisch. Wenn man tankt, entstehen Dämpfe, brennbare Gase. Also da soll man drauf vorbereitet sein, dass das passieren kann und da halt immer Feuerlöscher eigentlich dabei haben. Dass ihr Feuerlöscher dabei habt, das weiß ich. Ja, ja. Nee, aber das ist wirklich cool. In größeren Dimensionen. Klasse. Okay, gucken wir mal den nächsten an. Guck mal rauf, so will ich den jetzt halten. Bist du gut? Schade. Weg mit den Viechern. Weg mit den Viechern. Weg mit den Viechern.